Eine wesentliche Botschaft, die ich Ihnen vermitteln möchte, ist, bereiten Sie sich gut auf den Eignungstest vor. Ein sehr gutes Ergebnis ist essentiell dafür, ob wir Ihnen einen Studienplatz anbieten können oder nicht. Der Eignungstest besteht aus einem Kenntnistest und einem Englisch-Test. Im Kenntnistest fragen wir Ihre Kenntnisse in den Schwerpunkten unseres Studiums Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie ab. Die genauen Inhalte und Literaturempfehlungen entnehmen Sie bitte unserer Website.